Wer möchte getauft werden? Wer möchte mit dem Himmel getauft werden? Wer möchte mit dem Himmel? Wir bilden die Welt, wir bilden die Welt. Oh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Alleluia, magnifique Seigneur. Wow. Wir werden uns in die Welt geöffnet haben. Wir werden uns in die Welt geöffnet haben. Wow. Wir werden uns in die Welt geöffnet haben, die wir uns in die Welt geöffnet haben. Wir sollen uns hier abhalten. Wow. 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 Oh, mein Gott. Ich will dich lieben, mein Gott. Herr, danke. Danke, Herr. Du wirst wieder dein altes Gebetsleben zurückfinden. Gott möchte dich, dass ich das jemandem sage. Die Liebe, die du zum Herrn hattest, wirst du wiederfinden. Es gibt Leute, die früher prophezeit haben, aber sie wurden verletzt. Gott stellt dich wieder her, mein Bruder. Oh, Jesus. Er macht das auf dem Feuer, das Feuer der Becken. Der Becken. Der Becken. Der Becken. Der Becken. Der Becken. Und Gott will die, die der Familie heute. Oh, Jesus. 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 Ein schönes Album auf ihm. Wow. Oh, oh, Jesus. Das leidend ist zu Ende. Ich habe diese junge Frau angeschaut, weil der Herr hat gesagt, ich werde sie retten. Jetzt ist deine Zeit, jetzt ist dein Tag. Gott möchte dir eine klare Vision über deine Zukunft geben. Gott möchte dir zeigen, was er von dir erwartet. Gott möchte dir diese Intelligenz geben, damit du weißt, was du in Zukunft tun sollst. Heute, Jesus wird dein Leben ändern. Erneuert Jesus dein Leben. Oh, alleluia, oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Lass meine Schwester, lass sie. Lass sie. Lass sie. Lass sie. Lass sie los. Lass sie los. Sie hat sehr gelitten wegen dir. Sorge. Sorge. Lass sie. Lass sie. Endlich. Dein Leiden ist zu Ende. Lass sie sich. Lass sie. Schau mal, sie wird singen. Lass sie. Lass sie in vielen Leiden. Lass sie auch in vielen Leiden. Sie wurde verletzt. und sie kann nicht mehr. Sie ist des Lebens überdrüssig. Gott möchte sie befreien. Danke, Herr. Lass sie los. Oh, Herr, danke. Jesus, Fede, Amen. Wer hat doch keine Bibel von euch? Die Ehepaare, die noch keine Bibel haben, finden sie zuerst eine. Die Ehepaare, die noch keine Bibel haben, finden sie zuerst eine. Die Ehepaare, die noch keine Bibel haben, finden sie zuerst eine. Die ehepaar, die noch keine Bibel haben, finden sie zuerst eine. Schöner, du bist nicht. Joshua, du bist nicht mehr. Du bist der Musik? Es ist weit der Musik. Wie ist die Musik? Die Folgen? Du musst hier sein. In der Tür. In der Tür? In der Tür? Ja. In der Tür? In der Tür? In der Tür gibt es noch welche? Bah, die Tür? Es gibt noch einige Bibeln im Auto. Es gibt noch einige Bibeln im Auto. Ich habe den Paris. Sie haben den Paris. Ihr habt den Krim? Ihr habt den Krim? Wenn ihr kommt, dann kommt ihr in die Schweiz zurück. In der Schweiz. Ah, das ist das. All diejenigen, die aufkwärmen wollen. All diejenigen, die aufkwärmen wollen.